Musik Einen ganz wunderschönen guten Abend, ganz herzlich willkommen. Der OWA ist ja gedacht dafür, er zeichnet Menschen aus und Institutionen, die sich für eine positive Ausrichtung, für eine gerechtere Globalisierung einsetzen. Jetzt freue ich mich wirklich sehr, das Wort an unseren Bundesminister für Entwicklung, Dr. Gerd Müller, zu übergeben. Warum gäbe es mehr solche wie ihn in seiner Partei und seine Chefin auch noch? Ich würde sie vielleicht gerade wählen irgendwie. Eine Welt ohne Hunger ist möglich, meine Damen und Herren. Und wenn man sich die Preisträgerinnen und Preisträger des Rapunzel One World Award anschließend anschaut, dann habe ich Zuversicht und Optimismus. Außergewöhnliche Menschen mit großartigen Initiativen aus der ganzen Welt. Sie sind Pioniere, so wie es Rapunzel war und ist. Building associations, trying to promote businesses by women, promoting research and linking research with farmers is completely necessary. Und das zu tun, in sehr schwierigen Situationen, in seinem Land, in den Mountains, ist eine der Gründe, warum ich und Rapunzel entschieden haben, dass er das Award zu haben. Also, Amin, Professor Baba, vielen Dank für das, was Sie getan haben, in der Vergangenheit. Vielen Dank. Ihr wart wirklich ein traumhaftes Publikum. Vielen Dank fürs Kommen und weiterhin schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.